Was bisher geschah. Das Zelt packe ich dann hier hin vielleicht. So. Das passt doch. Hilfe, da ist ein Bär. Hilfe. Man, dieser blöde Bär. Jetzt bin ich schon einen Tag lang unterwegs. Und wo ist eigentlich Alba? Aber ich mache erstmal eine Pause. Das Survival ist echt anstrengend. Aber mein Magen, der knurrt. Ich brauche mal was zu essen. Oh, was zu essen. Oh, eine Höhle. Vielleicht kann ich da Unterschlupf finden. Und das? Kann man das essen? Ich weiß es gar nicht. Äh, Pornporn. Okay. Klingt wie Katzentatzen. Aber ich nehme es mal mit. Ja, eine Höhle. Was ist denn hier? Ich höre Wasser. Oh, guck mal. Da unten ist eine Fackel und Wasser. Gibt es hier noch andere Menschen? Hallo? Hallo? Ist hier wer? Hallo? Oh, wer bist du denn? Hallo? Du siehst aber nicht gesund aus. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bist du schnell? Oh mein Gott. Geh weg. Geh weg, geh weg. Ah! Ah! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, wenn ich von der Insel runter bin, dann bin ich ja ein Marathonläufer. Hm. Ich glaube, ich brauche eine Waffe. Oder ich muss noch gruseliger aussehen als das Monster. Dann könnte es mich vielleicht in Ruhe lassen. Ui, guck mal hier. Ui, guck mal hier. Das könnte funktionieren. Wenn ich den aufsetze, dann könnte ich vielleicht gruselig genug sein. Warte mal. Schwupps! Alle auch noch gar επιhoset. Waaa ha 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 ha. ezíssimas ぶst passionsrespkryate. Beementar themes und blösenf toma Musik Mal schauen, vielleicht lässt mich das Monster jetzt in Ruhe. Hallo? Ich bin dein bester Freund. Okay. Hallo? Ich glaube, er denkt jetzt, ich gehöre zu ihm. Und du siehst ganz schön gruselig aus, mein Freund. Aber was ist denn hier? Gibt es hier noch irgendwas? Oh, vielleicht hier unten. Wow. Wo bin ich denn hier? Kann ich jetzt eigentlich auch meinen Helm ausziehen? Ich glaube nicht, dass das Wasser runterkommt, oder? Nee, sieht nicht so aus, okay. Wow. Hallo, du musst doch nicht gleich den Kopf verlieren. So schön bin ich auch nicht. Aber ein Topf. Vielleicht ist hier was drin. Nein, aber ganz schön viel Platz. Okay, coole Laterne. Schlafsack. Und was haben wir hier? Oh, ein Buch und ein Haken. Ein Wurfhaken. Das sind meine letzten Worte. Sagt meine Familie, dass ich sie liebe. Die Monster hören nicht auf zu schreien. Ich kann sie die ganze Nacht hören. Die Höhle war meine Rettung und mein Grab zugleich. Ich schaffe es nicht mehr nach oben. Nimm den Enterhaken. Oh, das ist ein Enterhaken. Also Kletterhaken, oder was? Und Feuer. Die Monster hassen Feuer. Ah, okay, Kollege, das ist ja nice. Also Feuer ist schon mal ihre Schwäche. Und der Kletterhaken, oder Enterhaken, kann ich den irgendwie? Mal gucken, kann ich? Und jetzt? Okay, cool. Es macht wohl mehr Sinn, so einen Kletterhaken im Freien zu probieren, oder? Gucken wir doch mal. Einmal. Schups. Das ist ja cool. Und jetzt können wir einfach, können wir uns da hochziehen? Können wir? Ich habe das Gefühl, wir müssen uns irgendwie hochziehen. Warte mal. Wenn wir da drunter hängen, können wir dann so. Das heißt, wir können uns jetzt hier so. Wuii! Das ist ja cool. Das ist ja mega cool. Da können wir uns einfach hochziehen und irgendwie auf dem Block drauf schaukeln. Okay? Warte mal. Oh, cool. Das ist ja super cool. Wie cool ist das denn? Das muss ich Albert zeigen. Yay. Warte, warte. Und? Oh Mann, der Baum ist im Weg. Und? Ja. Wow. Das ist ja cool. Warte. Sehe ich Albert da hinten? Was macht der denn da schon wieder? Sag mal. Hey, Alba. Endlich habe ich dich wieder gefunden. Sag mal, Alba. Hast du den Bären nicht gehört? Ist das hier ein Floß, Alba? Echt jetzt? Das ist ja cool. Und damit sollen wir jetzt abhauen, ja? Okay, mega. Aber da müssen wir ja gerade unsere Sachen hier noch einpacken. Sag mal, wann hast du denn Tisch und Stuhl gebastelt? Du bist ja crazy, eh. So. Einmal schön alles einpacken und mitnehmen. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Gott sei Dank. So, alles noch schön hier reinpacken. Und dann... Alba. Alba. Alba, ich rede mit dir. Können wir los? Eine Bootsfahrt, die ist schön. Eine Bootsfahrt, die ist toll. Ja, Alba. Ab nach Hause. Oh, iiih. Alba, jetzt fängt es doch noch voll an zu regnen. Können wir nicht irgendwie was basteln, damit wir nicht nass werden? Oder uns... Alba, ich rede mit dir. Hallo. Ich rede mit dir. Was ist denn los? Alba, können wir nicht irgendwas machen? Ich stelle mich unter das Segel, dann werde doch nass. Ich kann dich auch ignorieren, Alba. Nur weil das deine tolle Idee war. Muss ich doch nicht klitschnass werden. Oh mein Gott, Alba, das Boot brennt. Versuch es zu löschen. Der Regen, der reicht nicht. Wir werden untergehen. Oh mein Gott, wir werden sterben hier auf dem Meer. Alba, mach doch was. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Eine Bootsfahrt, die ist toll. Danke, Alba. Du hättest uns fast umgebracht. Ja, Versuch wert. Wir haben nur einen Versuch. Tod ist tot. Ja, das war die zweite Folge im Fällchen. Der Alba hätte uns fast umgebracht. Ist schon wieder auf der Suche nach neuen Ideen. Und wenn du Ideen hast, schreib sie mir in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Oder vielleicht auch auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links unten in der Videobeschreibung. Ich sag vielen lieben Dank. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.